Hi und herzlich willkommen heute wieder zum Thema Cholesterin. Und ich wollte in diesem Video mal zwei Fragen beantworten. Zum einen, warum sich eigentlich alle Leute widersprechen, was Cholesterin angeht. Ist es nun gefährlich oder nicht? Oder sollte man es sinken oder nicht? Oder warum sind alle unterschiedlicher Meinung? Entweder, dass es total relevant ist oder dass es nicht relevant ist. Und zum anderen, was nochmal zum anderen? Ja, wurde in dieser magische Wert von den hier Ornish und Esselstyn, vor allem Esselstyn immer zitieren, dass man Cholesterinspiegel von unter 150 haben sollte, damit man garantiert sicher vor einem Herzinfarkt geschützt ist. Und daher greife ich jetzt zurück auf das, was Esselstyn schlussendlich zitiert, nämlich die Daten aus der Framingham Heart Study. Das ist eine Studie, die geht seit 70 Jahren oder so, ich glaube seit den 1940er Jahren in der Stadt Framingham in den USA, beobachten Forscher alle Menschen da. Die sind fast alle schon über Generationen sind die in dieser Studie drin. Und es wird der Zusammenhang zwischen Lebensstil, schlussendlich Lebensweise und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eruiert. Und die Forscher, die diese Studie machen, die haben eine Grafik erstellt, schlussendlich, die sich deckt mit allem, was auch in der westlichen Welt überhaupt, also in den gesamten USA als auch in Europa passiert, nämlich eine Grafik darüber, wie hoch der Cholesterinspiegel ist und bei welchem Cholesterinspiegel die Leute dann einen Herzinfarkt hatten. Und daraus leitet sich schlussendlich dann beides ab, nämlich zum einen dieser mysteriöse Mindestwert von 150, als auch warum es Leute gibt, die eine Relevanz oder einen Zusammenhang zwischen Cholesterin und Herzinfarkt überhaupt bestreiten. Und ich blende sie euch jetzt mal wunderbarerweise ein und da ist sie. Also, wir haben die Grafik aus der Birmingham Heart Study, Ergebnisse, die über 26 Jahre zusammengetragen wurden. Und ihr seht da die schwarze Kurve, die weiß ausgefüllt ist, wo Leute drin zusammengefasst sind, die keinen Herzinfarkt hatten. Und ihr seht, die hatten einen, und unten ist der Cholesterinspiegel aufgetragen, also das geht los bei einem Cholesterinspiegel von irgendwie ungefähr 120, 130 oder so, was so das Minimum war, also das Gesamtcholesterin hier, was überhaupt jemand hatte. Und die ersten Herzinfarkte gingen dann los, das ist die rote Kurve, bei 148 Milligramm pro Deziliter und waren am höchsten bei, was ist das, 125 Milligramm pro Deziliter und hörten dann wieder auf bei ungefähr 350 Milligramm pro Deziliter. Wobei ihr seht, gesunde Menschen hatten keinen, also die Leute, die nicht erkranken, hatten keinen Cholesterinspiegel von über 300. Ja, und da denkt sich dann jemand wie Essestein oder Ornisch oder ich oder auch die Leitlinie für nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ha, unter 148 hatte niemand einen Herzinfarkt, also sehen wir zu, dass man einen Cholesterinspiegel von unter 148 hat und dann ist man quasi 100% geschützt vor einem Herzinfarkt. Finde ich, ich bin einfach, ich bin ein Freund des Einfachen, des Simplen, so das reicht mir, wenn ich dann, also ich meine, das ist immer noch die häufigste Todesursache, 40% aller Menschen sterben daran, wenn diese 40% einen Cholesterinspiegel von unter 150 hätten, dann würden sie wahrscheinlich nicht daran sterben. Aber, aber die meisten Leute, das seht ihr auch in der Kurve von Leuten, die keinen Herzinfarkt hatten, die hatten auch durchaus einen höheren Cholesterinspiegel und hatten trotzdem keinen Herzinfarkt. Und dann gibt es Leute, die es sich gerne komplizierter machen. Porsche, Mediziner, andere Mediziner, klügere Mediziner als ich, ich bin da, ich bin da nicht so, also ich bin, ich bin immer froh, wenn Zusammenhänge in der Medizin einfach sind und nicht so kompliziert. Denn man kann sich ja auch fragen, hm, die Leute, die einen höheren Cholesterinspiegel als 150 hatten, aber trotzdem keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten, vielleicht haben die was anderes gemacht, vielleicht ist Cholesterin nicht der einzige Risikofaktor, denn da müsste man ja da einen linearen Zusammenhang sehen. Und dann ist man, andere Leute sind dann dieser Forschung nachgegangen, so was, was ist denn, was machen die denn vielleicht noch richtig? Und dann kommt man auf solche Sachen wie, ah, die haben mehr Vitamin D im Blut, deswegen waren die geschützt. Oder ah, die haben DHA mehr, also Omega-3-Fettsäure mehr gegessen und waren dadurch geschützt. Und alle solche Sachen. Dass man sich das überhaupt fragen muss, hängt natürlich damit zusammen, dass, ich habe es euch in dem Hausarztpraxis-Formulatur-Video schon mal gesagt, ungefähr 90% aller Menschen, die in die Hausarztpraxis kommen, haben einen Cholesterinwert von über 200. Und unter 200 ist der Referenzwert, also so hart die Leitlinie ist gerne. Und wir können jetzt aber nicht hingehen und all diesen Leuten, die einen Cholesterinspiegel von über 150 haben, nur um die garantiert zu 100% zu schützen vor einem Herzinfarkt, den Cholesterinsenker verschreiben. Denn Cholesterinsenker haben auch Nebenwirkungen. Und ihr seht ja, es gibt auch Leute, die haben halt einen zu hohen Cholesterinspiegel und kriegen trotzdem keinen Herzinfarkt. Und es gibt halt Leute, die sich da echt gerne reinfuchsen und sich Gedanken machen, woran liegt das? Ich nicht. Ich mache es mir gerne einfach und sage dann, okay, lass uns einen Cholesterinspiegel von unter 150 haben, dann ist alles gut. Besonders, weil sich das auch mit Daten deckt, die wir von Primaten haben, die wir von neugeborenen Säuglingen haben und Jäger und Sammlervölker. Die haben auch alle einen Cholesterinspiegel von unter 150. Und natürlich auch keine Herzinfarkte. Und die Leitlinie für nach Herzinfarkt, die macht das Ganze natürlich mit Cholesterinsenkern, mit Blutdrucksenkern, mit Blutverdünnern und das ganze Zeug. Irgendwie acht Medikamente oder so muss man im Schnitt nehmen, nachdem man einen Herzinfarkt hatte. Auch wenn man sonst keine Risikofaktoren aufweist. Ich habe euch auch schon mal die Geschichte erzählt von dem Ehemann einer Kommilitonin von mir. Noch keine 50. Schlank, Nichtraucher, Nichttrinker, viel Stress, selbstständiger Unternehmer. Allerdings hatte er dann einen Herzinfarkt. Ja, dann ging er quasi gesund ins Krankenhaus und kam mit acht Medikamenten wieder raus. Das fand er auch sehr schockierend. Ja, und die einzigen Leute, die in die Hausarztpraxis kommen, die tatsächlich ein Cholesterinspiel von unter 59 haben, sind die Leute, die einen Herzinfarkt hatten. Letztes Jahr im Juni wurde zum ersten Mal, nein, nicht zum ersten Mal, zum 15 Mal jährte sich der Tag des Cholesterins. Diesen Tag haben sich die Fachgesellschaften für Atherosclerose und Herz-Kreisaberkrankung ausgedacht, um diesem Märchen von der Cholesterinlüge zu widersprechen. Um immer wieder daran zu erinnern, dass wir genug Daten haben, die den Zusammenhang zwischen Cholesterin und Herz-Kreisaberkrankung bzw. Atherosclerose aufzeigen. Die haben ein Konsenspapier veröffentlicht, also die Europäische Atherosclerose-Gesellschaft und eine Meta-Analyse erstellt mit 200 Studien, 2 Millionen Teilnehmern, 20 Millionen Personenjahren und 150.000 kardiovaskulären Ereignissen und sagen hier, der Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterin und Atherosclerose ist so bestätigt wie nur irgendwas. Nicht nur Laien widersprechen dem, sondern teilweise auch Ärzte und das ist natürlich auch wieder hochgradig fahrlässig. Ich nehme an, das sind die Ärzte, die man in der Uniklinik-Cafeteria an der Kasse auch sieht mit Cola, Pommes und Schnitzellaubenteller, die selber einen zu hohen Cholesterinspiegel haben und dann sagen, ist ja irrelevant, sieht man ja auch an der Framingham Heart Study, dass da kein Zusammenhang besteht zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Cholesterin. In der Praxis funktioniert das ganz wunderbar, wenn wir also diesen Leuten nach Herzinfarkt den Cholesterinspiegel so niedrig senken, dann kriegen die im Allgemeinen auch keinen mehr. Wobei natürlich, klar, es gab auch da schon Fälle von Leuten, die dann wieder einen Herzinfarkt bekommen haben. Die kriegen keinen mehr, wenn sie sich auch daran halten, ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen. Das machen wohl auch nur 50% aller Patienten so im Schnitt. Ja, das funktioniert auch. Es sei denn natürlich, man kriegt sehr schnell, nachdem man gerade erst seinen Cholesterinspiegel runtergekriegt hat, einen neuen Herzinfarkt. Denn das dauert ja auch eine Zeit, bis sich die Arteriosklerose wieder zurückbildet. Ich habe schon mal erzählt, die Uniklinik, beziehungsweise die medizinische Fakultät in Köln, lehrt bis heute, dass Arteriosklerose nicht reversibel ist. Es stand schon, also Ornischs Studie ist, ich glaube, von 1990. 28 Jahre ist das Jahr, dass wir wissen, dass mit einer fettabvollwertigen pflanzlichen Ernährung Arteriosklerose rückgängig machen kann. Und es gibt mittlerweile auch Medikamente, sehr, 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 sehr starke Cholesterinsenkel, die auch in der Lage sind, Arteriosklerose dann rückgängig zu machen. Das ist einfach so. Also, jetzt wisst ihr, warum sich Leute widersprechen. Jetzt wisst ihr auch, wo dieser Wert herkommt mit den unter 150 Milligramm pro Dezilitern. Ich verlinke euch die Framingham Heart Study unten drunter und auch den Artikel aus der Ärztezeitung über Cholesterin und dass es absolut sicher ist, ein Cholesterinspiegel von 120 zu haben oder ein LDL von 60. Was schreibt hier einer der Herren von der Lipidliga? Die Lipidliga? Wie hießen die so? Ein Gesamtcholesterin von 120 Milligramm pro Dezilitern ist unproblematisch. Ein LDL-Colesterin von 60 Milligramm pro Dezilitern völlig ausreichend, sagt der Lipidologe. Diese Konzentration oder sogar deutlich weniger finden sich bei Kindern, bei Naturvölkern und bei Säugetieren. Ja, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Natürlich können wir die Leute, die noch keinen Herzinfarkt hatten, aber ein Cholesterinspiegel von über 150 haben, nicht dazu zwingen, sich so zu ernähren, dass sie keinen Herzinfarkt bekommen. Also ist das jetzt so. Da muss man halt dann sterben. Das ist wie die Natur. Fressen und gefressen werden, wenn ich hören will, muss fühlen. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sage tschau. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.